Mistendorf ist eine frühe Gründung. Teile der heutigen Pfarrkirche stammen aus dem 13. Jahrhundert. Die Kirche besitzt einen gotischen Turm und ein barockes Langhaus. Die Wallfahrtskapelle Steinknock liegt oberhalb des Ortes. Schöne Wege im Wald und im Tal laden zum Wandern ein. Beim Wandern kommen einem die besten Gedanken. Eine sehr kurz gefasste Aussage nach einer Langfassung in Daniel 3, 28 lautet Engel denen, die Gott vertrauen. Kannst du damit etwas anfangen? Engel sind Boten Gottes. Sie begegnen einem sichtbar, aber auch unsichtbar. Engel denen, die Gott vertrauen. Darin verbergen sich zwei Aussagen. Du vertraust Gott und er gibt dir Hilfe. Aber es kann auch genau umgekehrt sein. Du erfährst Gottes Eingreifen und als Folge wächst dein Vertrauen. Die Größe Gottes hat als Kennzeichen eben keine Wenn-Dann-Liebe. Du musst nicht zuerst eine Vorgabe erfüllen oder etwas vorweisen oder etwas einbringen, um Gottes Zuwendung irgendwie zu verdienen. Genau das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Der Kern der Aussage aus Daniel 3 hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Rechne mit Gott. Und dann? Du kannst dir vorstellen, dass damit dein Vertrauen zu wachsen beginnt. Paulus sagt dazu, nicht, dass ich es schon habe, aber ich strecke mich danach aus. Und zu deinem eigenen Handeln, für Gott seine Kraft und Stärke dazu. Der Hinweis heißt damit, kurz gefasst, rechne mit Gott. Der Hinweis heißt damit, dass ich es schon habe, dass ich es schon habe, Bis zum nächsten Mal.